Unser Boot kann ich nicht fliegen lassen, aber ich kann dich fliegen lassen. Mich? Hm, das will ich sehen. Wehe, du legst mich rein, fremder Junge. Der Oberkommandierende wird nicht glücklich sein, dass wir die Fahnen verdorben haben. Das war's, wir sind bereit. Pass gut auf, General. Bitte nehmt Platz. Das sieht ziemlich gefährlich aus. Es ist vollkommen sicher. Du kommst mit mir, oder ich werfe euch in den Kerker. Äh, na schön. Na dann, Faxe, lass uns fliegen. Ja. Aber das gibt es doch nicht. Das ist unglaublich. Oh, das hat's noch nie gegeben. Zwick mich mal. Ich bin ja noch höher als die höchsten Türme. Von hier oben werde ich Pfeile vom Himmel regnen lassen. Mit dieser Erfindung kann ich säckeweise Gold verdienen, wenn ich sie teuer verkaufe. Ich werde reich. Ha! Ja, ich kann das Meer sehen. Hey, und den Hafen. Ja! Ich bin bald bei dir, Papa. Aber es ist ein weiter Weg, um unser Boot zu schieben. Ja, ich hab's. Hol uns runter, Faxe. Oh, hey, hey, oje. Oh, na. Das war die beste Sache, die ich je erlebt hab. Danke schön. Danke schön. Danke. Sind das nun Gefangene, General? Ach was, Gefangene? Diese Männer sind frei. Danke, General. Ihr seid ein sehr guter Gastgeber. Kann ich euch noch um einen kleinen Gefallen bitten, bevor wir gehen? Diese Wagen dort unten bei unserem Boot, können wir sie uns ausbogen? Mhm. Mhm. Wir sind bereit. Alle Mann an Bord. Ja! Hm, ein Landschiff könnte sehr nützlich für unsere Armee sein. Ihr müsst uns sofort euer Geheimnis verraten. Ach, geht das schon wieder los? Ähm, na ja. Der beste Weg, euch das Geheimnis unseres Landschiffs zu verraten, ist eine kleine Vorführung. Das geht gründlich in die Hose. Na dann los. Faxe, Bremse lösen. Faxe. ة Untertitelung des ZDF, 2020